Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wie man in DaVinci Resolve 18 einen YouTube-Short erstellt. Das wird ein ganz schnelles Tutorial, ohne viel Rumgelaber. Einfach nur zu Anschauungszwecken würde ich jetzt hier unseren Santorini-Urlaub reinziehen in die Timeline und das Seitenverhältnis anpassen. Und das geht im Prinzip so. Hier haben wir ein 16 zu 9 Video. Das möchten wir gerne zu einem kleinen Short erstellen. Das Format passt nicht, also geht man hier unten rechts auf die Projekt-Settings, auf das kleine Zahnrädchen und stellt hier die richtige Auflösung ein. Nicht wundern, dass ich jetzt Full-HD gewählt habe. In DaVinci Resolve 3 ist es so, dass man nur bis Full-HD dort gehen kann. In den Custom-Einstellungen, wenn man jetzt die Pro-Version hätte, könnte man auch 4K-Shorts erstellen. Da es jetzt hier nur Full-HD ist, ist das so in Ordnung. Hier hat man jetzt diese beiden Balken, die möchte man jetzt weg haben. Deswegen geht man hier auf den Effekt-Panel, auf den Zoom und stellt es so ein, dass die dann verschwinden. Natürlich wird das Bild dann ein bisschen gedrungener und man sieht natürlich nicht alles von diesem Video, weswegen es immer besser ist, dass man das Ganze dann auch mit dem Handy macht und das von vornherein als Short erstellt und nicht hinterher. So würden wir das hinterher erstellen und würden das Video dementsprechend anpassen. Je nachdem, was man im Bild haben möchte, würde man hier pro Schnitt einmal weitergehen. Hier zum Beispiel die gute Melanie, die würde man jetzt hier sehen. Deswegen geht man in der Position ein wenig nach links und man sieht sie dann auch hier. Das macht man, wie gesagt, pro Schnitt, pro Video. Er stellt sich dann Short, wie man ihn haben möchte. Wichtig ist hier das Seitenverhältnis. Das Ganze kann man dann auch gleich deliveren mit der richtigen Resolution und dem Codec. Hier würde ich vielleicht noch MP4 machen, das Ganze zu der Render Queue und dann hier rechts auf Render All. So funktioniert das Ganze ganz schnell, ganz einfach. Wenn du alles davon mitgenommen hast und dann deine YouTube Shows erstellen kannst, würde ich mich über ein Like freuen, ein Abo und vielleicht magst du ja in meiner kleinen Bibliothek auch nochmal gucken, was ich alles erstellt habe und mich dahingehend unterstützen. Viel Spaß beim Schneiden. Bis dann. Ciao.